Also meine Lieblingsszene ist, als wir mit dem Profundus gedreht haben, das fand ich einfach lustig an sich mit ihm zu drehen, weil der war einfach an sich so ein Komiker und das war einfach total lustig. Da musste man als lachen, also in den Drehpausen hat der immer so Quatsch gemacht oder hat irgendwie wie Donald Duck geredet oder so. Das war total lustig.